Grüß euch, wir sind jetzt da am oberen Stadtplatz vor dem Rathaus und ganz was Liebes läuft da um. Wo es heißt, muss ich, weiß ich nicht, aber da schauen wir jetzt ein bisschen zu. Habt ihr Lust? Drachtenverein die Karserak Hofsta. Alles klar, habt ihr es gehört? Die Karserak Hofsta. Das habt ihr jetzt ja noch gar nicht gesehen. Ich muss auf meine Tasche aufpassen da hinten. Die Karserak Hofsta. Die Karserak Hofsta. Die Karserak Hofsta. Die Karserak Hofsta. Oh, schöner Name. Ja, komm mal schau. Ja, komm mal schau. Ja, komm mal schau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, was sagst du? Ist das nicht wunderbar? Schau es euch einmal das Wetter an heute wieder. Bravo, bravo. Ein Hoch auf die Karserak. St Detroit. Baba. Ja, ja. Bye back. judging auf ihm für mehr Menschen zu kommen, Ich ск succe auf den Kirchhausen kommt. Die Kinder ist nicht dabei.